Das Ducci V20 bringt mit einem AMOLED Display und einem zweiten Display auf der Rückseite frischen Wind in die Welt der Outdoor-Smartphones. Ich habe noch vor dem Marktstart ein Testgerät erhalten und konnte das Ducci V20 für mehrere Wochen vorab testen. In diesem Testbericht schauen wir uns das gute Stück mal ganz genau an. Das Ducci V20 ist in den Farben schwarz, grau und rot erhältlich. Die UVP liegt bei knapp 500 US-Dollar, lasst euch davon aber nicht abschrecken, denn dauerhaft wird dieser Preis wie üblich nicht erreicht werden. Realistisch sind Preise zwischen 260 und 300 Euro. Starten wir mit einem Blick aufs Design und hier lag ganz klar ein starkes Augenmerk bei der Entwicklung, denn für ein Outdoor-Smartphone kann man das Ducci V20 fast schon elegant nennen. Durch die flache Rückseite trägt es nicht zu dick auf und ist mit 14 mm Dicke, für ein Smartphone dieser Art recht schlank. Die Stabilität leidet darunter allerdings nicht, das Ducci V20 ist so stabil, wie man es von einem Outdoor-Gerät erwartet und wenn man versucht das Smartphone zu biegen, wird man den kürzeren ziehen. Das Design bietet zeitlich auch eine leichte Teilierung, was für einen sicheren und angenehmen Griff sorgt. Die Rückseite hat ein samtiges, gummiähnliches Finish und fühlt sich dadurch nicht nur angenehm an, sondern sorgt auch für zusätzlichen Grip. Die Verarbeitung ist Ducci rundum exzellent gelungen und die dicken Metallstreben links und rechts vermitteln Stabilität und Wertigkeit. Auf Details wie die Tasten wurde ebenfalls geachtet, diese bestehen aus Metall, sitzen fest im Gehäuse, klappern nicht und bieten einen knackigen Druckpunkt mit ausreichend Widerstand. Der USB-Anschluss wird von einer Gummikappe geschützt, welche sehr fest sitzt und sich somit nicht versehentlich öffnen kann. Wie es sich für ein Outdoor-Smartphone gehört, ist das Ducci V20 nach IP68, IP69K und Military Standard 810G zertifiziert. Damit ist es eingeschränkt gegen Stürze und natürlich auch der Einwirkung von Staub sowie wasser geschützt. Für die Dichtheit gibt Ducci eine Wassertiefe von 1,5 Metern für 30 Minuten an. Im Test hat das Smartphone bei geringerer Tiefe aber auch längere Tauchgänge von über einer Stunde ohne Probleme überstanden. Was bei Outdoor-Smartphones ein gängiger Kritikpunkt ist, sind die verbauten Displays, denn meistens setzen solche Geräte auf LCD-Panels. Das Ducci V20 bildet hier eine willkommene Ausnahme und kommt mit einem AMOLED-Display daher. Neben dem höheren Kontrast bietet das AMOLED-Display einen wichtigen Vorteil, denn im Freien kann man Inhalte darauf deutlich besser ablesen, wenn die Sonne auf den Bildschirm scheint. Gerade bei einem Outdoor-Smartphone ist das ja ein wichtiger Punkt. Etwas enttäuscht hat mich allerdings, dass Ducci wohl auf ein recht günstiges AMOLED-Display setzt, denn es hat definitiv nicht die beste Reaktionszeit. Beim Scrollen durch Inhalte sieht man insbesondere bei Text ein deutliches Nachziehen und Verwischen. Außerdem muss der Hersteller noch dringend am Farbprofil des Displays arbeiten. Farben werden nämlich insbesondere im Bereich von Rot- und Orangetönen viel zu gesättigt dargestellt, was vor allem bei Bildern und Videos negativ auffällt. Das ist aber ein reines Softwareproblem und damit im Grunde leicht zu beheben. Was dem Ducci V20 fehlt ist eine Always-On-Funktion, immerhin gibt es aber eine RGB-Status-LED, was wahrscheinlich viele sogar bevorzugen werden. Darüber hinaus ist das V20 mit einem zweiten Display auf der Rückseite ausgestattet, wobei es sich aber um ein LCD-Display handelt. Auch hier ist aber noch Raum für Softwareverbesserungen vorhanden, denn der Funktionsumfang des zweiten Displays ist ziemlich eingeschränkt. Neben der aktuellen Uhrzeit sowie Datum und Akkustand bietet das Display eine Anzeige für eingehende Anrufe und man kann die Musikwiedergabe darüber steuern. Weitere Widgets oder die Anzeige von Benachrichtigungen und die Möglichkeit, das Display als Kamerasucher zu nutzen, gibt es leider nicht, sodass sich der Nutzen des zweiten Displays unterm Strich in Grenzen hält. Der 10-Punkt-Touchscreen auf der Vorderseite funktioniert gut und reagiert auch ohne größere Verzögerungen. Was allerdings fehlt, ist ein Glove-Mode, mit Handschuhen kann man das V20 also nicht bedienen. Beim Glas soll es sich um eine nicht näher benannte Gorilla-Glass-Generation handeln, im Test ist das Display kratzfrei geblieben, ab Werk war ein Schutzglas aufgebracht. Eine fettabweisende Beschichtung ist keine vorhanden, Abdrücke lassen sich also recht schnell nieder und sind nicht ganz so leicht wie der Abwischbar. Als Prozessor setzt das Ducci V20 auf den altbekannten Mediatek Dimensity 700. Dieser wird mit 7nm gefertigt und zählt zu den günstigsten 5G-fähigen Chips von Mediatek. Eigentlich richtet er sich eher an günstige Smartphones der unteren Mittelklasse oder auch dem Einsteiger-Segment. Da das Ducci V20 doch etwas hochpreisiger ausfällt, kann man die Chip-Wahl also durchaus kritisieren. Ein Dimensity 800 wäre eventuell die bessere Wahl gewesen und hätte nur geringfügige Mehrkosten verursacht. Als No-Go würde ich den Dimensity 700 in der Preisklasse aber trotzdem nicht bezeichnen, denn auch wenn er keine Rakete ist, so ist er trotzdem auch keine lahme Schnecke. Er bietet durchaus eine anständige Alltags-Performance und ist in der Lage, typische Alltagsaufgaben angenehm flüssig durchzuführen. Flüssiges Scrollen in Social Media Feeds oder in Google Maps ist auch gegeben und für Spiele sind im Gegensatz zum konkurrierenden Qualcomm Snapdragon 680 noch genügend Leistungsreserven verfügbar. Anspruchsvollere Titel wie Shadowgun Legends oder Call of Duty Mobile lassen sich mit dem Ducci V20 gut spielen, sofern man die Grafikeinstellungen etwas nach unten schraubt. Das Ducci V20 macht auch einen guten Job, was die Kühlung angeht. Firmal Throttling tritt hier nicht auf und man spürt am Gehäuse auch keine nennenswerte Wärmeentwicklung. Auch wenn man das Ducci V20 mal etwas fordert, wird es maximal leicht warm. Etwas relativiert wird der höhere Preis vom Ducci V20 dann noch beim Blick auf die Speicherausstattung, denn mit satten 8 GB RAM und 256 GB Festspeicher bekommt man hier eine wirklich gute Ausstattung geboten. Platz für eine MicroSD-Karte ist ebenfalls vorhanden, diese belegt dann allerdings einen der SIM-Slots. Bei den Sensoren ist das Ducci V20 recht gut ausgestattet und bietet auch einen Kompass sowie ein Gyroskop. Beide funktionieren einwandfrei. Ein Barometer fehlt allerdings, wobei das für die meisten sicherlich kein Dealbreaker ist. Der Fingerabdrucksensor ist seitlich im Powerbutton untergebracht und funktioniert einwandfrei. Im Alltag gab es hier keine Aussetzer oder Verzögerungen. Etwas störend ist nur, dass der Sensor schon bei Berührung entsperrt, hier fehlt also eine Option, die ein Entsperren erst beim Drücken der Taste ermöglicht. Face Unlock per Frontkamera wird auch unterstützt, das funktioniert ebenfalls zuverlässig und sogar bei Nacht, da der Bildschirm dann bei wenig Licht das Gesicht ausleuchtet. Als Betriebssystem läuft auf dem Ducci V20 ein Android 11 im Test mit dem Sicherheitspatch vom Dezember 2021, was zum Release des letzten Updates noch recht aktuell war. Wie von Ducci gewohnt hat man es beim V20 mit einem nur leicht angepassten Stock-Android zu tun. Den Launcher von Ducci kann man bei Nicht-Gefallen natürlich ersetzen. Erweitert wurde das System um smartphone-spezifische Funktionen, z.B. zur Konfiguration der Funktionstaste, es gibt auch verschiedene Gesten-Optionen und ein Einhand-Modus zur bequemeren einhändigen Bedienung ist auch am Start. Lobenswert ist, dass das Ducci V20 ohne Drittanbieter-Bloatware ausgeliefert wird und auch Facebook ist hier nicht vorinstalliert. Google-Zertifizierung ist vorhanden und alle Google-Dienste funktionieren einwandfrei. Beim Widevine DRM bietet Ducci allerdings leider nach wie vor nur Level 3. Dienste wie Netflix können also nur in SD-Auflösung abgespielt werden. Der Mobilfunkempfang fällt beim Ducci V20 sehr gut aus. In Gebäuden oder Gegenden mit schwächerer Abdeckung gab es keinerlei Schwierigkeiten mit der Verbindung. Die Frequenzunterstützung ist recht breit, sodass neben den in Europa wichtigen Frequenzen auch zahlreiche Frequenzen für den asiatischen und amerikanischen Raum unterstützt werden. AC-WLAN ist auch an Bord und liefert einen maximalen Link-Speed von 433 Mbit pro Sekunde. Netto werden neben dem Router 284 Mbit und ein Stockwerk darunter noch 197 Mbit pro Sekunde erreicht, was ein wirklich sehr gutes Ergebnis ist. Bluetooth wird mit dem 5.1 Standard unterstützt und hat mit verschiedenen Endgeräten problemlos sowie mit ordentlicher Reichweite funktioniert. NFC funktioniert auch einwandfrei und beherrscht natürlich auch Google Pay. Im GPS-Test liefert das Ducci V20 einen hervorragenden Empfang. Der SNR-Wert liegt selbst mit Bewölkung deutlich im grünen Bereich. Die Genauigkeit ist entsprechend hoch und beim GPS-Tracking oder beim Navigieren gab es nie Aussetzer oder unerwartete Abweichungen. Eine deutliche Schwäche vom Ducci V20 ist leider der Medienlautsprecher und das nicht nur, weil hier nur ein Monolautsprecher verbaut wird, sondern auch die Qualität zu wünschen übrig lässt. You won't just hear glass spray. You'll hear a slightly battered and bruised baseball fly past your right ear. As a cloud of debris blooms. And shards of glass trail overhead. Just before gravity takes hold, scattering chaos to the four corners of the room. While the sound of a scared little kid running like hell fades away in the distance. Einen 3,5mm Anschluss bietet das Ducci V20 leider auch nicht, obwohl dieser problemlos unter der USB-Kappe Platz gehabt hätte. Immerhin gibt es an der Sprachqualität nichts auszusetzen, der Telefonhörer ist laut und man versteht sich gegenseitig sehr gut. Die Kameraausstattung liest sich auf dem Papier mit dem 64 Megapixel Hauptsensor, einer 16 Megapixel Frontkamera und einer Nachtsichtkamera ganz interessant. Die Erwartungen sollte man trotzdem nicht zu hoch ansetzen, denn Outdoor-Smartphones haben selten wirklich gute Kameras an Bord und das Ducci V20 bildet hier keine Ausnahme. Beginnen wir die Analyse mal mit der 64 Megapixel Hauptkamera bei Tag. Auf Pixel-Binning verzichtet das V20 und erzeugt im Standardmodus Bilder mit der vollen Sensorauflösung. Die Detaildarstellung der Kamera ist für ein Smartphone eines kleinen Herstellers nicht schlecht, manchmal wirken die Bilder aber etwas überschärft. Bei den Farben ist die Kamera leider recht zurückhaltend. Die Darstellung ist zwar grundlegend natürlich, allerdings etwas leblos. Der Dynamikumfang der Kamera fällt erfreulich gut aus, Probleme macht jedoch Auto-HDR, welches so gut wie nie selber anspringt. Hier sollte man also insbesondere bei Gegenlicht HDR manuell aktivieren, damit man bessere Ergebnisse erzielt. Zicken macht der Hauptsensor gelegentlich beim Fokus, das Resultat sind dann gelegentlich auftretende, unscharfe Bilder. Die 8 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera bietet einen dynamischen Fokus anstatt dem in der Preisklasse üblichen festen Fokus. Prinzipiell wäre das ein Pluspunkt, wenn der Fokus ordentlich funktionieren würde. Speziell bei größerer Distanz zum Motiv liegt der Fokus allerdings fast immer komplett daneben. Das ist schade, denn prinzipiell liefert die Kamera eine richtig gute Bildqualität, wie ihr bei den Nahaufnahmen sehen könnt. Ob die Fokusprobleme nun ein Hardware- oder Softwarefehler sind, kann ich leider nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Die Nachtsichtkamera arbeitet im Infrarotbereich und nutzt einen Infrarotscheinwerfer mit zwei LEDs als Lichtquelle. Prinzipiell funktioniert das gut, allerdings ist die Kamera leider komplett unscharf, sodass sie sich maximal dafür eignet, bei Nacht ohne Taschenlampe den Weg zu finden. Wozu hier ein 20 Megapixel-Sensor verbaut wird, ist mir angesichts der Bilder ein Rätsel. Der Portrait-Modus der Hauptkamera erzeugt einen rein softwaregenerierten Bokeh-Effekt. Die Erkennung ist dabei auf Personen beschränkt, Objekte können also nicht mit Bokeh-Effekt abgelichtet werden. Fotos mit dem Blitz gelingen ganz gut, er liefert genug Licht für kleinere Räume, die Farbdarstellung ist ordentlich, man muss aber darauf achten, das Smartphone möglichst ruhig zu halten, da die Fotos sonst schnell verwackeln. Die Qualität von Bildern bei Nacht mit Straßenbeleuchtung liegt auf dem Niveau günstigerer Smartphones von namhafteren Herstellern und wird der Preisklasse damit nicht gerecht. Brauchbare Schnappschüsse kommen durchaus dabei herum, doch mangelt es deutlich an Bild- bzw. Detailschärfe und auch die Farben wirken ziemlich blass. Der Night-Mode verbessert die Low-Light-Leistung leider kaum, der Dynamikumfang verbessert sich etwas und dunkle Bereiche werden leicht aufgehellt, an der Bildqualität verändert sich jedoch nichts zum Positiven. Die 16 Megapixel Frontkamera hat mich überrascht, denn sie liefert erfreulich gute Selfies mit guter Detailabbildung, die Farben sehen natürlich aus, der Portrait-Modus funktioniert gut und erstaunlich ist, dass auch mit relativ wenig Licht noch brauchbare Bilder entstehen, der Bildschirmblitz kann die Qualität dabei etwas verbessern. Videos nimmt das Doogee V20 mit der Hauptkamera in maximal 2K- bzw. WQHD-Auflösung auf und nutzt dabei 30 Bilder pro Sekunde. 60 FPS wird nicht unterstützt, auch wenn man die Auflösung auf Full HD reduziert. Leider bietet die Stockkamera-App kein EIS, die Videos sind also nicht stabilisiert. Die Bild- und Tonqualität liegt insgesamt im Mittelfeld, lobenswert ist der relativ flotte Autofokus, was man bei solchen eher kleineren China-Herstellern für gewöhnlich nicht so vorfindet. Die Frontkamera filmt mit maximal Full HD-Auflösung und ebenfalls 30 FPS. Die Bildqualität geht in Ordnung, was sogar für eher schlechte Lichtverhältnisse gilt. Auch hier gibt es leider keine Stabilisierung und die Software hat leider auch manchmal Probleme bei der Anpassung der Belichtung, wenn man zum Beispiel von einem dunklen Bereich in einen hellen Bereich wechselt. Als nächstes kommen wir dann zum Thema Akku und hier geht das V20 mit einem 6000 mAh Akku einen guten Kompromiss zwischen Gewicht, Gerätedicke und Akkulaufzeit ein. Beworben wird eine Laufzeit von 2-3 Tagen bei normaler Nutzung und genau das hat das Smartphone bei mir im Test auch geliefert. Aufgeladen wird per Kabel mit 33 Watt Leistung. In 52 Minuten ist der Akku von 20 auf 75% geladen, bis auf 100% vergehen knapp 2 Stunden. Zusätzlich gibt es auch noch Qi-Wireless Charging mit bis zu 15 Watt, was allerdings eher für die Nacht geeignet ist, da das Aufladen hierüber mehrere Stunden in Anspruch nimmt, was für den Alltag eher ungeeignet ist. Und damit ist dann auch alles gesagt und es ist Zeit für mein Fazit. Das Tucci V20 hat sich im mehrwöchigen Alltagstest insgesamt gut geschlagen, hebt sich deutlich aus der Masse der Outdoor-Smartphones ab und präsentiert sich als attraktives Gesamtpaket. Das gilt zumindest dann, wenn man den reduzierten Preis von ab 260 Euro, für die es zum Marktstart verfügbar war, zum Vergleich heranzieht. Bleibt also zu hoffen, dass sich die Preise irgendwo im Bereich zwischen 260 und 300 Euro einpendeln oder gar noch weiter sinken. Wünschenswert wäre es natürlich, wenn Ducci bis zum Start der Auslieferung bis Mitte März noch ordentlich an der Software schraubt. Insbesondere die Farbdarstellung des Displays und die Kameras sollten noch etwas optimiert werden. Darüber hinaus wäre es schön, wenn man sich noch etwas mit dem Display auf der Rückseite beschäftigt. Dieses hat sicherlich einiges an Potenzial, wird aber aktuell nicht wirklich genutzt und ist deshalb mehr eine Spielerei als ein nützliches Feature. Und damit will ich dann auch zum Ende kommen. Ich hoffe, der Test hat euch gefallen. Bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Video.